den endboss auf hardcore ich stelle mir alle anderen bosse auch lustig vor bei welchen haben wir noch mal probleme wilhelm echt hat er zu mir ja lang gebraucht weil wir die ganze monien kaufen mussten aber keine money mehr hat mir kurz keine money kaufen er hat man nicht money dazu gekriegt dann doch muss sammeln die hollag alle money kannst du kurz auf dem deck auch gehen das denkt sich der hier auch leute also die zugucken nachdem wir spiele ich übrigens auch black ops was man schild hält schon aus ja im black ops hat man kein schild ja wo bleibt dann ob er schaden black ops jetzt gestorben einmal jetzt gerade aber ich weiß nicht wie oft ich insgesamt gestorben bin das könnten auch schon bald im hunderter bereich ich sogar hat der match kriegst du sind dass sie gerade richtig so viel gemacht das warst du auch den erschossen hat hast du mich nicht hast du mich wieder geben ja habe ich dass sie das lassen wird sind aber jetzt kann sie kill dank ist halt mich was wenn der wenn der der schaden kriegt wenn er da drin hängt als mich hoch direkt ins klo grabben was du schul doch auch nico ey weißt du wer hier hängt scheiß alter nico komm mal her ich habe ein neues bild für ein moxie cosplay gefunden dreh dich mal um warte guck mal bei dir dreh dich mal auf den boden ja mal rein schau auf den boden was da liegt ach so ja facktücher das läuft wa mach sau jeden abend auf moxie immer doch auf moxie natürlich äh warte warte wir haben noch nicht was da hinten ist irgendwas was das ist oben hallo was ist hattem letztes spaß die gehört ich kann pass igen gehabt habe es vernommen war auch nicht gerade ja money 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 immer noch 94 ich habe noch 94 sniper money attacke halte ich von der scheiß klappen können hier klappen auf dem boden herauskommt aus dem ich glaube ich stehe gerade auf einer drauf ich stimme von dem ist scheiße die dem 3k sagt ihr auch gleich hier kommen 6k tot rechts ziehst du 6k 6k es könnten auch die europäische 1 ich sollte mich wiederbeleben ja ich krieg das mich gerade nicht ist kein thema ich sollte an meiner überlebensstelle überlebens Prozent ich ziehe 20k zurück auf euch haben wir in den Hof oben ja das glaube ich nicht gehen aber kannst mich wiederbeleben schnell geht nicht da muss Flint wohl sterben nein die Waffe das ist scheiß auf Flint ich will seine Waffe wo ist nur einer ja das ist was was bitte für ein Schild ich bei mir 8000 Schild Kapazität 1000 Ladegeschwindigkeit 3,5 Ladeverzögerung war minus 2800 Gesundheit Alter die Scavengers die halten voll viel aus ja willst du ein Schild? er hatte Kanova Schaden öh ich hab ein Schild der macht 10 Kanova Schaden ich hab Flint übrigens ziemlich schnell getötet ich hab's gesehen weil ich ihn hochgehoben man kriegt auch mehr Schaden du Vogel ja gut ich hatte noch so einen Millimeter dann hab ich den letzten Hit gemacht ich hab dich belebt dabei ja das hast du ich dachte ich hätte ihn gekillt nein ich hab dich wiederbelebt neben den Pferden flissen und dann habe ich ihn gekillt weil ich voll rauf gerotzt habe also mit du weißt schon was mit dem was Moxi abgekriegt hat äh das Bild von ihr iridium da ist es mein mächtiges Sehvorzeug lasse zu Wasser mein alter Sehbär mein alter Sehbär klingt wie so ein schwülstiger Pornoname ja leicht ja man der alte Sehbär so ein Seemannsgarn aber ich kann mir jetzt auch was tolles unter Seemannsgarn vorstellen du auch? aha Langeweilze Fäden? ja ja Nico? oh oh es kam zurück ey du bist so ein Milf Hunter weißt du? dich? ja du gehst auf jede Scheiße drauf du besteigst jede Scheiße du steigst jede Scheiße BITCH TERMINATOR du besteigst jeden Scheiß ähm willst du wissen wie oft du gestorben bist bisher? hau raus oh ich hab dir grad eben noch nicht hinzugefügt ähm Moment das sind 20, das sind 40, das sind 45, das sind 47 so wenig? ich bin enttäuscht BITCH TERMINATOR BITCH TERMINATOR BITCH TERMINATOR BITCH TERMINATOR Wir nicht. Du brauchst einen Sagen um das Stadttor zu erreichen. Geh zum Catch-a-Ride. Geh zum Catch-a-Ride. Geh zum Catch-a-Ride. Paktora ist brutal und gefährlich. Aber wir. Alter, wir löschen eine ganze scheiß Stadt aus. Oh, komm mal. Ah, die Schrotze zieht oft mehr als die Sniper. Im Nahkampf haben wir auch die SMG. Du bist dann mit Ball geflogen. Kann sein, ja. Die meisten mit der Sniper mache ich halt irgendwie 3000, 3000, 3000. Und mit der Schrotze ziehe ich halt dann 4700. Und ich glaub das sogar mehrmals. Ich feiere diesen Ball. Ich feiere diesen Ball auch, ja. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gespart, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Ich find's ja geil, weißt du, du siehst halt nur diese geile, diese eine Ische, die sich so, wie so in einem Porno, wenn sich so eine langsam auszieht, so, wie, so guckt die halt einfach. Ähm, und dann so, hm, ja, hm. Und dann hörst du halt währenddessen diese Stimme. Hast du's dir gegeben? Ja. Ja, so sieht die jedes Mal aus. Musst du mal aufpassen. Drecks, heil. Ich geh schon mal weiter. Auf geht's. Ja, hast recht gehabt. Er hat grad eben gesagt, das wird ein heisen Spaß. Und ich, ja, läuft. Der ist so resistent gegen die Scheiße. Ich meine nicht. Jemals gegen Kugel resistent. Du brauchst nicht, brauchst nicht wiederbeleben. Das ist dein Mongo. Ich bin grad zweimal gestorben. Einmal. Läuft bei dir? Ja, ja, ist easy. Sind fast alle weg. Hey, die Nomaden. Die Raider. Ja. Viermal gestorben. Holy fuck, was hat er das? Fünfmal. Ich weiß nicht, ob... Und ganz tot. Hast du das nur aufgeschrieben? Ich bin grad am überleben. Ich bin grad am überleben. Hm. Hm. Halbsterben möchte der Arbeiter, dass nur eines schlimmer ist als ein Respawn. Kein Respawn. Ähm. Mhm. Ich hab aufgeschrieben. Okay. Guck mir grad ein paar Waffen an. Jetzt lassst du den Kack schneiden da auf dem Kill-Counter. Willst du eine Pistole? Die 1200 plus 800. Ich bin grad nicht mit Pistole. Was? Ich bin grad nicht mit Pistole. Okay. Okay. Ja, dann womöglich nicht. Was ich entdeckt hab? Eine große Kiste. Mit Schilden drinnen. Schließ den Adapter an das Catch-A-Ride an. Dann besorge ich dir ein Gratis-Fahrzeug. Kann ich noch looten oder so? Ne, haben wir schon alles, oder? Na, hier ist noch geloot. Geloot, geloot. Ich bin Ute und ich blute. Ich bin Ute und ich blute. Ich bin Ute und ich blute. Alter. Ich hab grad Frame-Drops. Irgendwie hab ich grad null Frames. Ich hab Minze-Drops. Ja, keine Frames. Aber geil. Leute, bis gleich. So, wieder da. Ein kurzen Frame-Problem lösen müssen. Immer ich hab nur das, ne? Ja, ich hab's halt nicht, ne? Können wir anfangen. Wir können anfangen. Ich hab's wieder laufen lassen, ne? Oh, es brennt. Oh. Bulli-Mongos. Hit it, bitch. Du behandelst die Bulli-Mongos wie Frauen, oder? Was drüber? Das war jetzt Program, äh... Ein Programm-Fähiger wird's, ne? Würde? Bulli-Mongos. Ja, man. Würde! Jawoll! Mitbekommen, oder? Fast hätte ich die Würde ganz vergessen. Ja, hab's gesehen. Scheiße! Ich bin gleich wieder da. Was? Ich bin... Leicht... Abgekommen von der Fahrbahn. Komm her! Komm her! Nie mehr Granaten hinterher! Alter, weißt du, fährt er mich voll an. Boah, das ist ein Scherz, ey. Juli? Ja? Ich hab echt keine Ahnung, was los mit der Aufnahme. Aber irgendwie hab ich echt... Null Frames. Echt geil. Boah, ja. Sorry, Leute. Musst du auch kurz abbrechen. Hier kommt niemals das Sanctuary rein, hier Skaglecker. Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland wird mit dir reden. Ich werde ihn per Echo hofen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viele Meter hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plattern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Rhys nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrecht zu erhalten, zurückgekehrt ist. Bring Rhys nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör aus das, was er sagt. Der kann uns helfen, Jack zu besiegen. Nicht nur, nicht nur wird, äh, kann, sondern wird. Joa.